Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist das Kältchenhaus. Also mein Haus, obwohl es mich als echte Person wohl nie gab. Dieses Haus, im 14. Jahrhundert inmitten einer Fachwerkstatt aus Stein gebaut, hieß lange Zeit einfach Steinhaus. Als mein Theaterstück populär wurde, erklärten die Menschen in Heilbronn dieses Haus einfach zum Kältchenhaus. Aus dem Erker von 1534, gestaltet von Balthasar Wolf, soll ich mich der Liebe willen gestürzt haben.